Ja, ich habe jetzt etwa 320 Steine gereinigt. Am bedrückendsten war für mich die Steine bis jetzt beim ehemaligen Lager für Sinti und Roma in Maxclan. Da sind 20 Steine. Von diesen 20 Steinen sind alle 20 Kinder. Im Alter, eine Mädchen war 14 Jahre, die anderen waren zwischen 17 Tage und drei Jahre alt. Da fängt man schon daran denken, was damals passiert ist. Wenn ich fertig bin und die letzten Reste von der Politur wegwische, dann hat man eine Beziehung zu diesem Kind und man fragt sich dann, was wäre er wohl aus dir geworden? Und es ist ein kleiner Abschied mit dem Drüberwischen.